Anni, ich glaube eine dominant geführte Partie von euch. Kann man das sagen? Ja, absolut. Wir haben viel mehr vom Spiel gehabt, haben teilweise sehr, sehr gut gespielt. Es nervt mich gerade, dass wir hier nicht gewonnen haben, weil das hätte uns wirklich weit nach vorne getragen. Es war ein super wichtiger Spieltag für uns und das wussten wir vorher. Das haben wir uns vorher klar gemacht und wollten unbedingt gewinnen. Deswegen nervt es mich jetzt einfach, dass wir hier wieder mit dem Unentschieden rausgehen. Die Mannschaft hätte es verdient gehabt heute. Wir haben alles gegeben, haben gekämpft. Natürlich wären wir viel glücklich, wenn wir jetzt gewonnen hätten. Aber es ist ja trotzdem nicht mehr, dass wir jetzt die Leidenschaft und die Bereitschaft hatten, alles zu geben. Das haben wir auch getan und letztendlich haben wir wenigstens einen Punkt erreicht. Es gab auch Spiele, wo wir alles gegeben haben und verloren haben. Deswegen muss man auch etwas Positives rausziehen und haben dies mit dem Unentschieden geholt. Zu Null gespielt, das sind auch positive Dinge und das nächste Mal gewinnen wir wieder. Natürlich bin ich enttäuscht. Ich fand, dass wir heute besser waren. Aber das Positive ist, wir haben wieder zu Null gespielt und das nehmen wir mit. Ja, es bringt ja nichts. Dominanz hin oder her. Also ich hätte heute lieber die drei Punkte hier behalten. Ich habe in der Hinrunde oft schon mal so Sprüche gehört von wegen, ja, gute Leistung. Aber letzten Endes dann nur einen oder gar keinen Punkt geholt. Und mir wäre es lieber, wenn wir nach dem Spiel mal hier stehen würden und sagen würden, ja, war heute nicht so gut. Aber wir haben drei Punkte. Weil das interessiert ja nächste Woche keinen, wie wir heute gespielt haben. Hauptsache nur das Ergebnis zählt. Und da muss ich sagen, haben wir heute ganz gerade zwei Punkte verloren und da bin ich sehr enttäuscht drüber. Wenn wir jetzt auf Ursachenforschung gehen, ich glaube, wir haben ja fast jede Woche dieses Thema, ihr schießt zu wenig Tore, ne? Ja, ich meine, da reicht ein Blick auf die Tabelle. Da sieht man, dass die Anzahl der Tore, die wir schießen, einfach zu wenig ist. Und ich denke, wir haben heute, ich weiß nicht, gefühlt 150.000 Standards. Und die verpuffen halt alle. Also da erzähle ich nicht nur die Arbeit der Offensivabteilung oder der Offensiv als gesamte Mannschaft aus dem Spiel heraus, sondern auch eben diese Aktion dazu. Wir haben letzte Woche gesehen, dass solche Standards Spiele entscheiden können. Und dann müssen wir einfach zwingender werden und die Dinge nicht einfach so abschenken. Wir haben die Tore wieder nicht gemacht. Das können wir, das Lied können wir ja wirklich jede Woche singen. Und wir arbeiten weiter dran. Wichtig ist, dass wir heute wieder kein Tor kassiert haben und sehr, sehr druckvoll gespielt haben. Vor einer sehr, sehr guten Kulisse, muss man sagen. Hat Spaß gemacht und hätte noch mehr Spaß gemacht, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Wir müssen halt Tore schießen. Ich habe auch eine gute Chance gehabt, wo ich schießen muss, aber ich nehme mit. Und ja, daran müssen wir arbeiten in der nächsten Woche. Du hast irgendwann mal gesagt, ihr seid auf dem Weg der kleinen Schritte. Ich glaube, das war heute wieder ein kleiner Schritt. Vor allem, es war auch, glaube ich, ein Schulterschluss mit den Fans mal wieder heute. Ja, also meistens ist es ja wirklich so gelaufen, dass wir auswärts gut gespielt haben, gepunktet haben und uns das quasi zu Hause wieder umgeworfen haben. Und teilweise ist es uns heute gelungen, ein bisschen dagegen zu steuern. Wir haben wenigstens einen Punkt geholt. Aber wie gesagt, das ist mir eigentlich zu wenig. Wenn man so druckvoll spielt und die Fortuna eigentlich jetzt heute nicht die war, die wir erwartet hatten, dann muss man erwarten können, dass wir das Spiel auch gewinnen. Wir müssen hier den Leuten immer wieder zeigen, dass wir alles dafür tun, was am Ende bei rumkommt. Ich sage, heute wurde einer dann halt auf der Linie geklärt, der geht da nicht rein. Letzte Woche geht da rein. Das sind dann halt Dinge, die haben da ein bisschen mit Glück und Pech zu tun. Ja, aber letzten Endes darf man uns den Einsatz und die Bereitschaft nie absprechen. Und ich denke, heute haben wir alles versucht, haben über 90 Minuten, ich sage mal 75 Minuten den Gegner auch dominiert. Und ja, wie gesagt, meiner Meinung nach zwei Punkte hier absolut verloren. Also, ich sage mal 67 Minuten, aber auch limited Juggerät. Und ich sage mal noch einmal, habe ich gesagt, wie gesagt, ich gehe nicht jetzt an die Barriere. Aber da bin ich sage mal 97 dakika. Aber da bin ich sicher, meine Damen und Herren. Ich sage mal 5 Minuten. Ich sage mal 5 Minuten.